Bundestrainer Hansi Flick sieht Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund derzeit nicht als Verstärkung für die deutsche Nationalmannschaft. Laut Flick habe er im Moment nicht dieses Niveau in seinem Spiel und ergänzt im Interview mit RTL und NTV, ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon so das ein oder andere Problemchen hat. Seit seinem Amtsantritt hatte der 56-Jährige den Dortmunder Innenverteidiger noch nicht berücksichtigt. Wir wissen auch, dass er eine Qualität hat, führte der Bundestrainer fort. Deshalb stehe für den 76-maligen Nationalspieler die Tür weiter offen. Nach der Sommerpause hatte Hummels mit Knieproblemen zu kämpfen und zeigte seitdem keine Konstanz. Besonders beim deutschen Klassiker gegen den FC Bayern fiel der 32-Jährige mit mehreren unglücklichen Aktionen auf. Für die Bundesliga sieht es mit Blick auf die Fünfjahreswertung der UEFA schlecht aus. Am letzten Spieltag der Gruppenphase der internationalen Wettbewerbe haben die Bundesliga-Clubs nur 3.285 Punkte gesammelt. Damit platziert sich Deutschland mit dem schlechtesten Ergebnis der Big Four. England, Spanien und Italien belegen die Plätze 1 bis 3 in der Wertung. Zum Abschluss der Gruppenphase zählen nicht nur die Ergebnisse, es gibt auch Bonuspunkte für das Erreichen der K.O.-Phase. Für eine Aufholjagd liegen alle Hoffnungen auf dem FC Bayern und den vier deutschen Europa-League-Teilnehmern. Wichtig ist die Fünfjahreswertung für die Verteilung der europäischen Startplätze in der Saison 2023-24. Ex-Barca-Spieler Junior Firpo hat gegen Ronald Koeman nachgetreten. Der 25-jährige Leeds United-Profi fühlte sich in seinen zwei Jahren beim FC Barcelona ungerecht behandelt. Ich fragte Koeman eines Tages, warum ich nicht spiele, sagte der Linksverteidiger im Interview mit Ser Catalunia. Doch er fing an, mich anzulügen. Er warf mir Dinge an den Kopf, die nicht der Wahrheit entsprachen. Er sagte, dass ich schlecht trainiere und die Gruppe kontaminiere. Grundsätzlich fühlte er sich bei Barca schlecht behandelt, es fehle an Respekt, aber nicht nur ihm gegenüber. Ich werde nie verstehen, warum Koeman nach dem Spiel die Ersatzspieler trainieren hat lassen, aber selbst in seinem Büro geblieben ist, sagte Firpo. Insgesamt absolvierte der Youngster 41 Spiele für die Blaugraner. Der frühere NFL-Star Demarius Thomas ist verstorben. Wie US-Medien berichten, wurde der gerade mal 33 Jahre alte ehemalige White Receiver leblos in seinem Haus in Georgia aufgefunden. Laut Polizeiberichten sei der US-Amerikaner an einem medizinischen Problem gestorben. Der frühere Star der Denver Broncos wurde 2010 an Stelle 22 gedraftet und gewann mit den Broncos 2016 den Super Bowl. Erst im vergangenen Juni war der Routinier in den sportlichen Ruhestand gegangen. Zuvor stand er noch für die Texans, Patriots und Jets unter Vertrag.